servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit dem ersten boss guide aus dem sanctum der herrschaft der tara gru wir fangen auch direkt an der guide gilt für hc und für normal und was schon mal ganz wichtig ist im vorfeld könnt ihr ja vier anima kugeln einsammeln mit verschiedenen fähigkeiten was ihr dabei haben solltet ist ein tank beispielsweise mit der fähigkeit ewig schlagendes herz dass man immun gegen vier und betäubungseffekte wird ein säckchen der jagd vielleicht am besten für heiler gibt euren kompagnons movement speed und für dps körperlose mystische hände ist ziemlich stark da ihr damit einen magischen effekt klaut wozu das gut ist das erklären wir noch später ansonsten ich verlinke euch noch mal den wow head guide im video da könnt ihr euch noch mal die besten fähigkeiten ansehen ansonsten gehen wir jetzt erst mal auf die fähigkeiten an wir haben zwei phasen die eine geht von 100 bis 10 prozent und hier sehen wir jetzt ketten der ewigkeit auf sets damit wird ein spieler mit ketten markiert und da muss sich dann jemand dazwischen stellen der im idealfall immun gegen stunts ist und da kommen dann die tanks ins spiel diese ketten betäuben nämlich das ziel und machen schaden daran wenn sich ein tank mit dieser anima power dazwischen stellt fängt der tank den schaden schon mal ab der ist recht ordentlich und gleichzeitig ist er immun dagegen betäubt zu werden das ist ziemlich gut dann was wir eben gesehen hatten oder was jetzt auch gleich wieder rein kommt ist das raubtier heulen womit mehrere spieler markiert werden da habt ihr dann so ein lila kringel um euch rum in dem fall jetzt bei mir und da darf einfach keiner drin stehen sonst werden alle spieler da drin gefiert wer dann doch betroffen ist davon kann auch wie man es oben rechts sehen dispellt werden also der effekt sollte von heilern runtergenommen werden alle x sekunden haben wir den hungernden nebel der wird jetzt wieder kommen und da sehen wir dass der raum sich schwarz färbt und ihr immer so kleine spots habt wo ihr euch noch einstellen könnt da müsst ihr drin stehen ansonsten gibt es richtig auf die nuss im hc ist man da auch sofort dead gewesen also passt da auf jeden fall auf macht auf hc 110.000 schaden also das ist nicht ganz so gut geil dann haben wir einen zorn der zeiten buff den der boss auf sich selber gibt wodurch er mehr schaden macht das können jäger droiden runternehmen aber und dafür war das habt ihr jetzt gerade gesehen diese eine anima power extrem gut mit dem namen körperlose mystische hände wenn das ein dd hat klaut er diesen effekt halt runter und bufft sich damit selber deswegen wenn einer eurer dds diese anima power hat nicht den effekt manuell runternehmen sondern lasst den spieler machen und fertig ist sie laube dann haben wir noch die fähigkeit todesgriff das macht einfach nur dick schaden für 40 sekunden lang alle zwei sekunden knapp 14k also da müssen die healer richtig reinschrubben in dem fall seht ihr habe ich gerade den debuff und ich ticke echt ziemlich gut runter unterstützt eure heiler nimmt mal def cd das macht es für alle ein bisschen einfacher und dann haben wir noch überwältigen wo einfach der tank quasi gesmashed wird und die buff auf sich drauf kommt def cds dafür nutzen anima powers können da auch helfen und eben regelmäßig abspotten da ihr mit dem debuff 200 prozent mehr schaden bekommt was ihr im normal nicht habt sondern nur im hc ist die fähigkeit überrest vergessener qualen das sind dann so kleine bubbels neben dem boss die ihr soken müsst da gibt es drei verschiedene mit dem einen macht der boss mehr physical damage mit dem anderen den magie schaden erhöht und beim anderen gibt es feuerschaden für den raid das ist einfach farblich ein bisschen anders markiert da müssen immer mehrere spieler rein dippen und da quasi eine kugel raus soken also passt da auf und dann zum schluss ab zehn prozent das haben wir jetzt blick des kerkermeisters kommt die anima powers verschwinden der boss verteilt brutalste nackenschellen und da wollt ihr dann kampf raus ziehen denn wir sehen der latscht die tanks mit einem hit quasi aus dem leben zumindest auf hc scheppert das richtig rein steht so wenn nicht unbedingt immer ein hit aber es knallt schon ziemlich ordentlich steht auf range spottet den boss immer mal wieder ab und dann solltet ihr das eigentlich schaffen das ist jetzt nicht das größte problem dann habt ihr den ersten boss geschafft die nächsten boss guides folgen dann im laufe der nächsten tage wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke ihr kennt das spiel so kommt der tarako noch mal auf mich da ist er dead ich bedanke mich an dieser stelle fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video